Er will sich weiterentwickeln und das kann er hier sehr gut, weil er einen sehr guten Trainer hat. Und ich kann ihm viel beibringen, meint er, weil ich ein großer Spieler selbst war. Seit der Oberliga hat sich ja doch einiges beim Verein verändert. Auch für ihn ist wahrscheinlich einiges neu. Wie sind so die ersten Eindrücke für ihn? Ich kann ihm viel beibringen, aber ich kann ihm viel beibringen. Ich kann ihm viel beibringen, aber ich kann ihm viel beibringen. Ich kann ihm viel beibringen, aber ich kann ihm viel beibringen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020